Willkommen zurück in wunderschön Stadt St.Cruz zum neuen Green Sea Projekt wir machen ich kann auch mal irgendwann mal eine Aufnahme machen wo ich nicht verschuldet bin oder irgendwie Minus bin Danke das sieht doch immer so blöd aus wenn ich nur Schulden mache obwohl wir die Stadt überhaupt überlebt in den Städten wie gesagt Green Sea Projekt wer fragt was genau ist wir versuchen eine grüne Stadt zu bauen wo alles umweltfreundlich ist mit grüne Kraft oder Wasserrohren da fehlt einfach ein bisschen die Distanz bereits belegt ist mir auch egal oh Gott oh Gott so 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 Ja, gut. Ein Klo war halt ab sofort Menschen. Ist auch nichts Verwerfliches dran. Oh, das dauert bis sie voll ist. Ein paar Flächen brauchen wir auch noch. Industrie haben wir nie genug. Wollen wir abschaffen, nimm mal. Nach und nach. Reinschule. Kleine Alternative für die. Rechtlich, ähm, ja. Es haben schon mal 24 Blöcke einen Schulabschluss. Das ist schon mal ein Anfang. Verfiel hier nicht. Ah, bin zwischendurch Gewerbe. Das sollte schon... ...alle Probleme wegfließen lassen. Sonst beschweren sie, dass sie keine... ...hier Gewerbegebäude haben. Ähm... Oh, oh, bin blöd. Die müssen sooo außen rum, aber... ...is halt so. Aber kosten sie günstiger. Waren. ... Oh, Gott. Wenn die schon so was machen, dann auch bitte sinnvoll. Und nicht so... ...das ist ne... ...war als ne... ...waren... ...eine AG. Keine AG gehören. Aber... ...Oberschule... ...Institut für Bildung oder was weiß ich. ...weil... ...wass schon sagen, ich kann das nicht zurückzahlen... ...aber lassen wir das. Ups. So. So. Jetzt kann die Müllabfu... ...so... ...so... ...so, also... ...funktioniert. So. Die beschweren sie beim Müllberg. Noch gleich nicht mehr. Eigentlich. Aber für die nächsten... ...siehst du... ...ähm schon... ...ne... ...bobene Kleinstadt. ... ...wass' nachkommen... ...handsch... 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 da kommt schon bis zu da kommt dahin und somit im Müll und da kann ich sperren bekommen t Ja, ich wollte eigentlich, bis ich mehr Geld krieg wieder, bis ich mehr genug hab. Und bevor es passiert, ihr kriegt auch noch Industrie. Oh man, das fehlt dann nie was. Das ist ja nie beschwert. Die bereits belegt. Ach, das geht! Ah, wollen wir keine Beschwerden kommen, geht das ja alles. Wollen wir auf die hier, das kunstige hin. Und wenn ich mal genug Geld... Ich kann ja nicht vorspuren. Leckt das Spiel, also stockt das nur. Also ist glaube ich schon immerhin... Ohne. Hin. Schon. Meine Güte. Regen. Ich glaub das Spiel macht sich über mich lustig. Bei mir hat's grad geregnet hier. So. Und jetzt... Im Spiel fängt's auch an zu regnen. Komm hier draußen. Trocken. Den ganzen Tag geregnet. Bis auf jetzt. Jetzt ist es plötzlich wieder trocken. So. Machen wir dieses Kunstding. 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 Dahin. 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 Was hat das keine... Anschluss. Und ich knüge Strom. Ich wusste es. Jetzt muss ich mir wo Strom ausziehen. Na was haben wir? Aber kein Strom. Waum. da können wir genug platz werden die mal noch alles ich krieg die auch gebildete arbeiter leicht ja schön das hole ich mir dann irgendwann wenn ich genug geld habe aber wenig den cent doppelt um auch ganz manche da oben meldungen kannst du dir besser nicht durchlesen die sind strange einfach nur strange das ding deckt alles ab ja das schon hell umwelt ding und das verbraucht mehr als wir kümmern uns darum ich brauche ein paar verordnungen dann können wir da schon etwas besser die stadt bauen lassen habe ich schon so wie ich das gleich kriegen geschäftig nie ich komme nicht weiter oh oh aber jetzt heißt es immer noch und zwar das dritte liebte statt hier ich so guck so viele gelaufen okay jetzt reden so viel auf mich zu gehen in von gebieten der wird schon mehr ich weiß nicht nur bei Autos muss ja ich bin so still immer weil ich klarer mein Kopf meistens ich plane ganz so nebenbei meine schritte da kann ich gar nicht mehr konzentrieren weil ich sag so ich hab schon hier was vor hier was vor um hier vielleicht mal tausende Ideen in den Kopf rumspielen aber von der Simi keine noch nicht möglich dafür müsste ich erst zweiter kommen ich will mich eingeengt meine Kreativität wird eingedrengt das alles raus Wasserstrom kam er weg aber was leistung brauchen wir ok kann man nicht ja tropisch wie kein da hat es auch werke strom gebe ich kurz dem kraftwerk eine spritze zack schon haben wir genug urteile hier sind schon die ersten luxus dinge ooooh ok ich kann schon mal ein bisschen weiter machen das ist schon mal äh etwas besser als gerade eben das ist uns